Das Dortmund-Update von Radio 91.2 und den Ruhrnachrichten. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Findet auch Felix gut. Wir sind heute das Podcast-Team für diese Woche. Ich bin Freddy Kappen und wir sprechen natürlich wieder über das, was Dortmund bewegt hat, aber auch über das, was sich nicht bewegt hat. Busse und Bahnen zum Beispiel, da gab es ja Anfang der Woche durchaus Stillstand. Ansonsten noch ein Thema, der Oberbürgermeister, der ist seit 100 Tagen im Amt und hat ein kleines Fazit bei uns gezogen. Und wir sprechen auch über Obdachlosigkeit, was natürlich gerade bei solchen Temperaturen wieder umso mehr zum Problem wird und zum Thema wird. Aber erst mal, Felix, hi. Hallo. Bist du denn gut hergekommen? Ja, das ging zu Fuß, lässt sich das dann doch irgendwie machen, aber es ist anstrengend, durch den Schnee zu stapfen und immer wieder Eisberge. Du wohnst also so nah, dass du immer zu Fuß laufen kannst? Ja, das ist mein Vorteil in dem Fall. Aber ich fühle mit allen, die weitere Wege haben, die gerade echt Probleme haben, glaube ich. Ja, die Pannhelfer des ADAC, die waren jetzt auch im Dauereinsatz Anfang der Woche. Rekordverdächtig war da der Montag. 830 Mal musste der ADAC ausrücken. Meist wurde da Starthilfe für die Batterie gegeben oder sie musste auch gewechselt werden. Ich hatte heute Morgen auch so ein bisschen Pech. Scheiben vereist und zwar von innen und von außen und dann auch noch festgefahren in der Parklücke. Anfang der Woche musste ich zum Glück nicht los, aber heute schon. Aber man hat ja so ein bisschen aufgepasst. Man kennt ja den einen oder anderen Trick. Ich weiß nicht, kennst du welche oder bist du gar kein Autofahrer? Selten. Ich musste allerdings auch diese Woche einmal freimachen. Da habe ich warmes Wasser genommen. Ja, also aber festgefahren oder so nicht? Festgefahren nicht. Ja, ist mir passiert. Also Fußmatte und dann Reifen und sich dann so rausschaukeln. Es hat dann geklappt, aber waren für Dortmunder Verhältnisse schon echt Schneemassen, die da runtergekommen sind. Und mit den entsprechenden Auswirkungen, zum Beispiel eben auch auf die, die mit Bus und Bahn unterwegs waren. DSW 21 hat ja richtig Probleme bekommen. Ja, das hat ab Sonntag natürlich für einen teilweise Zusammenbruch des gesamten Bahnsystems und Bussystems gesorgt. Es sind vor allen Dingen die Strecken, die oberirdisch laufen, sind ausgefallen, weil die Gleise vereist waren. Viele Bahnlinien sind da nur innerhalb der Stadt gefahren, innerhalb der Tunnelsysteme. Busse fuhren gar nicht. Ja, und das hat DSW vor große Herausforderungen gestellt. Ja, wir hatten ja letzte Woche noch angefragt am Freitag, so nach dem Motto, Wintereinbruch ist jetzt vorausgesagt. Seid ihr denn vorbereitet? Ja, sind wir, hat ein DSW-Sprecher gesagt und hat auch so ein bisschen erläutert, was da für Vorbereitungen stattfinden und wie man ja ausgerüstet ist. Ganzjahresreifen bei den Bussen und die Reifen werden auch immer kontrolliert. Und die Stadtbahnen, die haben Weichen, die dann mit Heizungen quasi in Betrieb gehalten werden können. Aber ja, so ganz hat das dann nicht funktioniert. Also sie haben zwar so ein bisschen auch relativiert, so nach dem Motto, bei wirklich extremer Witterung bitte Zeitpuffer einplanen und die kam ja dann auch wirklich. Ja, die kam. Gut, das kann ich jetzt technisch nicht beurteilen, wie gut die Vorbereitung dann wirklich war. Fakt ist, es fuhr über dann drei Tage nichts. Also ab Mittwoch lief es dann so langsam wieder an mit den ersten Linien und ja, jetzt so Ende der Woche ist es immer noch nicht komplett wiederhergestellt. Es gibt immer noch Schienenersatzverkehr. Ja, und Busse, die fahren und ja, unzuverlässige Zeiten. Die Witterung war so angekündigt, deswegen. Es gibt ja auch immer so relativierende Kommentare bei Facebook von manchen, so nach dem Motto, ja ist halt Winter. Aber es ist halt auch so, dass wir es in diesem Ausmaß dann doch nicht mehr wirklich gewöhnt sind. Vor zehn Jahren gab es mal so einen richtig, ja auch schneereichen Wintereinbruch und dann lange nicht mehr. Und wenn es dann passiert, dann gibt es Probleme. Und das merkt man dann nicht nur bei Bus und Bahn, auch bei der Müllabfuhr hat es durchaus gehakt. Ja, die konnte natürlich dann viele Gebiete gar nicht anfahren und am Montag hat die EDG dann auch direkt mitgeteilt, dass sie die Müllabfuhr erstmal einstellt. Erst so ab Donnerstag wurden dann so nach und nach wieder Mülltonnen abgeholt, aber das hat sich natürlich dann schon gestaut an vielen Stellen. Ja, viele Leute stehen jetzt vor vollen Mülltonnen und haben die Balkone voll mit Müll. Es ist so ein bisschen Katze beißt sich in den eigenen Schwanz mäßig aus. Die Argumentation war ja, ja wir kommen nicht hin, weil die Straßen nicht geräumt sind, aber dafür sind die ja auch irgendwie zuständig. Wiederum aber auch nicht, weil sie sagen, diese ganzen Nebenstraßen, das geht halt nicht. Da haben wir jetzt, weiß ich nicht, die Kapazität nicht für oder wie wird das begründet? Ja, natürlich, es ist alles begrenzt und ich glaube, man sieht einfach, wie sehr dann so ein System, das wir für funktionierend halten, auch an die Grenzen kommt, wenn die Witterung so ist, wie sie ist. Weil so vereiste Straßen, da habe ich auch Verständnis für jeden, der da keinen Müllwagen durchsteuern möchte. Ich glaube, da müssen wir vielleicht alle dann auch mal ein bisschen zurückfahren und damit klarkommen, dass vielleicht auch drei Tage mal der Müll liegen bleibt. Und im Zweifel müssen wir zusammenhalten. Das war auch ganz schön bei dieser Geschichte. Eine Straßenbahn ist tatsächlich angeschoben worden von ein paar Leuten. Ja, genau, tatsächlich. Da gab es eine spontane, solidarische Aktion, um die Bahn wieder ans Laufen zu bringen. Das war keine reguläre Bahn, sondern nur eine, die ausprobieren sollte, wie die Gleise tatsächlich sind und ob sie befahrbar sind. Ergebnis, sie waren nicht befahrbar. Ja, dann haben Passanten geholfen, die Bahn an der Haltestelle Unionstraße im Dortmunder Westen anzuschieben, damit sie wieder in Gang kommt. Gefahren ist sie dann aber tatsächlich nur noch ein paar Kilometer weiter bis zur Haltestelle Burgholz. Denn da ist sie dann aus dem Gleis gesprungen und musste sehr, sehr aufwendig entfernt werden. Und das aufgrund von Eisschollen? Genau, es waren eben Eisschollen oder kleine Eisbrocken in die Gleise gerutscht und das sorgt dann für Instabilität und ist dann auch eine gefährliche Sache. Deswegen konnten die Bahnen dann auch eben nicht fahren. Und ist jetzt die EDG auch da der Sündenbock? Also haben die die da hingeschoben oder weiß man es nicht? Naja, teilweise schon, weil natürlich an Schienen, die an Straßen entlang führen, die Räumfahrzeuge den Schnee und das Eis in die Gleise geschoben haben und die dann blockiert haben. Aber auch da wieder so extreme Minustemperaturen, da kann man einfach auf dem großen Streckennetz glaube ich auch wenig machen. DSW hat es ja irgendwie mit sehr martialischen Worten selbst beschrieben in der Mitteilung. Wir müssen uns jeden Meter Straße zurück erkämpfen. Das ist vielleicht sehr groß gegriffen, aber das müssen wir auch vor den eigenen Haustüren. Also das Schneeschippen, da gibt es ja jetzt hartnäckige Schneeschippverweigerer überall, wo nicht ganz klar ist, wer ist denn jetzt zuständig. Da läuft es dann teilweise auch überhaupt nicht. Also inzwischen haben sich ja regelrechte Eispisten auf Bürgersteigen gebildet, zum Beispiel vor Baustellen, vor Parkplätzen, teilweise auch vor Kitas und Schulen und auch am Landgericht im Kaiserviertel. Und besonders lästig und anstrengend ist das auch für Postzusteller. Ja, die haben natürlich Probleme gerade, da durchzukommen mit den Postwagen dann über so Buckelpisten zu fahren. Das ist ja einfach kein schöner Job und ja, das führt auch in Summe dazu, dass einfach im Moment die Postzustellung nicht so funktioniert, wie man das gewohnt ist. Haben wir auch ein Beispiel. Stefanie, die ist den ganzen Tag über im Saarlandstraßenviertel unterwegs, muss sich teilweise überlieblos mit granulat beworfene Schneehuckel oder schmale Schlängelpfade kämpfen und ja, tut sich natürlich schwer damit. Selbst die Hausverwaltung kommt in ihrer Pflicht nicht wirklich nach, die Wege komplett zu räumen oder zumindest so, dass auch mal vielleicht ein Rollstuhl oder ein Kinderwagen durchkommt. Und da ist teilweise auch nur 50 Zentimeter breit. Das sind Sachen, die funktionieren nicht. Und ich würde mir wünschen, wenn sich das mal in Kürze ändern würde. Ja, also bei mir vor der Tür ist auch noch echt viel. Also wir haben da auch eigentlich als Hausgemeinschaft so einen Winterdienst, der das erledigen soll. Da wollte ich echt nochmal checken, in welchem Umfang das dann abgerechnet wird, weil für diese 500 Gramm gefühlt Streugut, die da einmal gestreut wurden auf einem Streifen, der so von der Breite nicht größer ist als der Umfang von so einer Schneeschippe, da dürfte man eigentlich nicht so viel Geld verlangen. Ist das bei dir besser? Bin ich jetzt sogar gerade überfragt, wie das abgerechnet wird. Aber also frei vor der Tür. Frei vor der Tür ist es auf jeden Fall. Ja, man sieht schön, dass das sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Es gibt wirklich viele Strecken, wo die Leute das scheinbar ignorieren, dass es so eine Situation gibt. Ist, glaube ich, sehr unklar auch, wie da die rechtliche Lage ist. Aber wir quatschen auf jeden Fall jetzt schon knapp neun Minuten. Und ich würde jetzt mal sagen, das ist doch ein Indiz dafür, das ganze Schneethema. Ja, das ist eigentlich als gute Ablenkung von der Dominanz der Corona-Berichterstattung eigentlich mal ganz, ganz nett war als Abwechslung. Aber es soll natürlich nicht zynisch sein in Bezug auf die, die wirklich Stress damit hatten. Ja, es gab ja so einige Geschichten. Eine Krankenpflegerin, die irgendwie zwei oder drei Stunden angeblich zur Arbeit gelaufen ist. Oder natürlich gab es auch die ein oder andere Verletzung und Autounfälle. Heute genießen wir es aber. Also heute ist er wirklich mit schön blauem Himmel und Winter Wonderland. Und wer es auf jeden Fall auch bei diesem Schnee und strahlenden Sonnenschein zu uns ins Studio geschafft hat, das war der Oberbürgermeister Thomas Westphal. 100 Tage ist er jetzt im Amt und ja, noch gibt es keinen Grund für ein Amtsenthebungsverfahren, oder? Nein. Hast du denn beobachtet, wie er sich so geschlagen hat, die ersten 100 Tage? Ja, man konnte das ja vornehmlich digital nur beobachten. Denn so das klassische Amtsgeschehen, was so ein Staat in so ein Oberbürgermeisteramt dann ja sonst bestimmt, das fiel ja weitestgehend aus. Ja, er zeigt sich da als präsenter Oberbürgermeister, als jemand, der vorne steht. Und ja, die Sachen in die Hand nimmt. Kümmert sich um alles, was wichtig ist, also um viel. Ja, er macht seinen Job offenbar ganz gut so. Es gibt noch keine größeren Beschwerden. Aber es gab trotzdem zum Beispiel eine Gruppe mit einem Anliegen. Das ist in dieser Woche auch wieder ganz präsent geworden. Donnerstag war ja die Ratssitzung. Aber vorher hat das Dortmunder Bündnis Öffnet die Hotels zu einer Spontankundgebung aufgerufen. Die haben dafür demonstriert, dass während dieser eisigen Temperaturen zusätzliche Räumlichkeiten für Obdachlose zur Verfügung gestellt werden. Das ist natürlich jetzt, wo es so kalt ist, völlig nachvollziehbar. In anderen Großstädten gäbe es das auch bereits, aber in Dortmund eben nicht. Immerhin wegen dieser eisigen Temperaturen durften Obdachlose Anfang der Woche eine Nacht im Dortmunder Hauptbahnhof verbringen. Hast du davon was mitbekommen? Ja, Anfang der Woche durch die extreme Witterung wurde das Thema natürlich sehr akut. Und es gab dann mehrere Entscheidungen, die erstmal die Notsituation so ein bisschen aufgefangen haben. Einmal, dass im Hauptbahnhof die Passage am Königswall geöffnet wurde zur Übernachtung oder zum Aufhalten. Und auch, dass es eine Flüchtlingsunterkunft an der Mergelteichstraße gibt, in die Obdachlose mit einem Gratis-Taxi-Schein dann fahren können, um dort zu schlafen. Gerade jetzt da am Bahnhof, hast du da irgendwas von Zahlen gehört, wie viel das tatsächlich dann genutzt haben? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, das ist ja diese lange Passage, die an der U-Bahn-Haltestelle und an der Baustelle dann ja auch hochführt zum Wall. Ich habe es jetzt nicht gesehen, wie es da vor Ort aussah, aber klar, das ist natürlich ein Aufenthaltsort, den dann gerade auch Frauen, wie man mir berichtet hat, nutzen, um einfach Rückzugsorte zu haben. Aber es ist natürlich auch kein optimaler Aufenthaltsort, weil es trotzdem eine zugige Passage ist und man da nicht sicher aufgehoben ist. Deswegen auch eben die Entscheidung, die Flüchtlingsunterkunft aufzumachen. Was aber dann wiederum vielen Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen in der Stadt, auch immer noch nicht genug ist, weil auch das nur eine Notlösung ist. Ja, gutes Stichwort also zu diesem Thema Obdachlosigkeit. Hat sich Thomas Westphal heute dann bei uns auch im Interview geäußert, gerade auf die Frage, macht er genug, macht die Stadt genug, um das Problem in den Griff zu kriegen? Ja, sagt der OB. Wir haben in dieser Stadt über 500 Wohnungen im Angebot für Wohnungslose. Wir haben auch 500 Übernachtungsstellen, Männerübernachtungsstellen, Frauenübernachtungsstellen. Seit sechs Jahren machen wir jeden Winter zusätzlich Übernachtungsstellen auf. Das, was wir dieses Jahr gemacht haben, ist sozusagen das, was wir seit sechs Jahren eben schon machen. Also nicht zu wenig, sondern wir haben das in all den Tagen und Jahren davor auch schon gemacht. Das ist etwas vergessen worden in dieser Diskussion. Ja, bis vor einigen Tagen wären diese Schlafgelegenheiten, die es da eben gibt, auch gar nicht alle genutzt worden. Und eine Kritik war ja auch, dass sich hauptsächlich die verschiedenen Obdachloseninitiativen um all das kümmern. Die Stadt sich da aber zu sehr raushält. Westphal hält da natürlich dagegen. Also es ist erstmal nicht so, dass die Stadt da fehlt, sondern die Stadt ist immer mit dabei. Also wenn sie die Winterhilfe nehmen, das Zelt, das finanziert wurde durch die Stadt und dann mit den Initiativen abgestimmt wurde, dass sie die direkte Arbeit vor Ort erbringen. Das ist so vereinbart worden. Deswegen gibt es dieses Netzwerk Wohnungsloseninitiativen. Wir sitzen mit denen zusammen. Dort werden die Dinge besprochen. Was ist jetzt eigentlich eine sinnvolle Vorgehensweise? Und das ist auch das Langfristkonzept, was wir haben, dass wir sagen, wir wollen allen, die in dieser Stadt leider obdachlos und wohnungslos sind, ein Angebot machen. Sie sind uns nicht egal. Unser Ziel ist aber auch, sie dauerhaft wohnungsfähig zu kriegen. Sie müssen dauerhaft in Wohnungen. Das ist unser Ziel. Das ist das Langfristkonzept. Und glaubst du ihm? Natürlich glaube ich ihm. Und das ist auch was, was ich aus meiner Erfahrung mit dem Thema bestätigen kann, dass die Stadt natürlich schon versucht, vieles zu entwickeln oder dem nicht im Weg steht. Was sich, glaube ich, viele wünschen, ist eine etwas aktivere Rolle. Und Herr Westwald sprach das Langfristkonzept an, ja da auch so ein bisschen vielleicht mehr anzuerkennen, dass es komplex ist. Dass viele Strukturen, wie sie jetzt sind, dann auch nicht passen. Beispielsweise ist die Männerübernachtungsstelle für viele Leute ein Ort, wo sie nicht gerne hingehen, so berichten es Initiativen. Weil man beklaut wird, weil da nicht ständig Stress ist. Genau, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil man beklaut wird, weil sie mit den Leuten da nicht klarkommen, weil sie Tiere haben oder als Paare kommen wollen. Ich glaube, viele wünschen sich, dass man mehr anerkennt, dass es ein breites Feld an Problemen gibt, die man angehen muss. Aber klar, die Stadt ist damit im Boot. Aber die Hauptarbeit liegt natürlich bei dann den oft ehrenamtlich gestützten Initiativen oder auch bei den Trägern wie Diakonien oder so. Was die Stadt, was uns alle natürlich betrifft, ist auch die erneute Verlängerung des Lockdowns. Ist ja jetzt aufgrund dieser Winterthematik, wie gesagt, ein Büschen in den Hintergrund geraten. Aber ist natürlich total wichtig, findet die Stadt auch sinnvoll. Die Argumentation geht natürlich in die Richtung, die wir auch seitens der Regierung kennen. Ja, die Mutationen sind das große Fragezeichen. Also weiter aufpassen, vorsichtig sein. Dennoch wird immer wieder geprüft, was machbar ist und was verboten bleibt. So wie eben auch Regelungen, wie die Maskenpflicht in der Fußgängerzone. Großer Klopper dann aber jetzt bei den Impfterminen. Da hat die Stadt dann auch geschluckt, denn die Vergabe muss sie jetzt selbst tatsächlich organisieren. Das war eigentlich ja so angekündigt, dass das die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe übernimmt. Und das hat sie auch bisher getan für die Gruppen, die bislang geimpft wurden. Jetzt hieß es aber dann, dass die Stadt das für die unter 80-Jährigen zu organisieren hat. Und ja, da hat man natürlich wirklich erstmal sich gewundert drüber und steht da jetzt vor einem nicht unerheblichen Berg an Arbeit. Ja, und das ist das, was der OB selbst dazu sagt, so als Einordnung. Naja, wir organisieren es noch, weil die Nachricht kam in der Tat sehr kurzfristig, über Nacht. Mit einer Frist, die lautete, glaube ich, sofort. Wenn man bedenkt, wie viel Vorlauf es bei der ersten Impfaktion gab, die über die Kassenärztliche Vereinigung lief. Und was da dann für Probleme auftauchten, halten wir das nicht für sehr sinnvoll, das so kurzfristig zu machen. Deswegen bereiten wir das in Ruhe vor. Wir sind ja auch noch nicht bei der Gruppe angekommen, sondern sind jetzt im Impfzentrum unterwegs für die über 80-Jährigen. Das läuft sehr gut. Trotz der Widrigkeiten, auch mit dem Schnee sind wir da sehr, sehr zufrieden mit den Terminen. Das wollen wir erstmal stabil weitermachen und dann machen wir den nächsten Schritt. Ja, also wir müssen uns nach wie vor natürlich damit auseinandersetzen mit diesem Lockdown. Hast du so ein bisschen Stimmungsbild die Woche nochmal eingeholt, wie jetzt auf die neue Entscheidung reagiert wurde? Ja, man merkt natürlich, dass viele Leute wirklich an der Grenze der Belastbarkeit angekommen sind. Gerade so, was diese Mehrfachbelastung dann mit Familie angeht und was ja auch so dieses Gefühl der Einsamkeit, des Eingesperrtseins angeht. Aber es gibt auch gleichzeitig Verständnis dafür, dass man jetzt nochmal die vorsichtige Variante wählt und nochmal ein bisschen drei Wochen zurückfährt. Aber klar, der Druck steigt eigentlich mit jedem Tag, wo Geschäfte zu bleiben, wo Schulen noch nicht wieder im Vollbetrieb sind. Eigentlich gab es ja durchaus so einen Wendepunkt in der Geschichte. Also gefühlt sollte natürlich dieser Start des Impfzentrums Hoffnung vermitteln. Montag ging es ja jetzt tatsächlich los. Ja, viele sind wahrscheinlich gar nicht hingekommen, eben gerade wegen dem Schnee. Wie lief es denn an? Hast du geguckt, gehört? Ja, trotz des Schnees kamen doch die Leute an, die Termine hatten. Das hatte die Stadt berichtet, also dass da wirklich nur ganz wenige Absagen waren. Und ja, die Menschen, die es dann gemacht haben, waren froh und glücklich, dass es geklappt hat. Und ich glaube, nach dem ganzen schwierigen Start ist das jetzt erstmal ein ganz gutes Zeichen, dass da der Betrieb gut anläuft. Wir schauen natürlich, wie es weitergeht. Machen für den Moment einen Punkt. Das war das Update für diese Woche. Ich danke dir, Felix. Gerne. Ich bin Freddy Kappen. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Und das nächste Update natürlich am kommenden Freitag. Hört rein. Das Dortmund-Update von Radio 91.2 und den Ruhrnachrichten.